Willkommen meine hochführenden Total Warhammer 3 News Freunde und alle die es werden wollen, lassen gerne das Abo hier auf dem Kanal da, weil hier kommen wie immer die neuesten Total Warhammer 3 News, die Hypetrains, was rauskommt, Tutorials, ihr kennt das ja. Es gibt nämlich tatsächlich wieder News, die es auch lohnt so genannt zu werden. Denn erstens gibt es einen ziemlich coolen Immortal Empires Trailer, denn Immortal Empires hat jetzt den Beta Tag, wo sie seine Bezeichnung entfernt bekommen, das hat jetzt für das Spiel selbst keine Bewandtnis. Allerdings ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, bei dem jeder, der Total Warhammer 3 besitzt, auch die volle Immortal Empires Karte spielen kann, allerdings nur mit den Völkern, die er oder sie besitzt, das heißt, wenn ihr mit Imperium oder so spielen wollt, braucht ihr Total Warhammer 1 und so weiter. Aber jeder kann nun Immortal Empires spielen, Immortal Empires für alle, hier für euch geschrieben. Dann sind die Chaos Zwerge confirmed, erneut, wer den Kanal verfolgt, weiß das schon seit bestimmtem Jahr, dass die Chaos Zwerge kommen werden. Außerdem sind Zwerge mega, aggro und Details dazu zum Update, wie das Ganze mit dem Immortal Empires Update funktioniert, gucken wir uns gleich an. Aber zuerst ein Blick in den Trailer, der released worden ist von Creative Assembly und der ist ganz unterhaltsam. Ich werde ihn ein kleines bisschen kommentieren, vielleicht ab und zu mal pausieren, falls ihr ihn euch ungekürzt ansehen wollt. Link in der Videobeschreibung. Let's go. Da ist der Warhammer. Wir lieben ihn alle. Und da ist der Hirschlinge, Herr Franz mit all seinen Freunden. Anlegen der einen los. Da sehen wir die geilen Belagungsschlachen, die wir immer spielen wollten. Und nie spielen konnten, weil die Belagungen nie fertig geworden sind bisher. We must form an Alliance. Alliance. We must form an Alliance. We must survive together. I can cure. Taglist kommt einfach rein. Ich bin der Chef. Das ist nur ein anderes Elgates-Game. Entschuldigung, Leute, ich muss kurz einmal pausieren hier bei der Szene. Erstmal kommt hier so Karl Franz, erzählt dir seine Geschichte und sagt, wir müssen uns verbünden unter meiner Führung, weil ich bin der Geilste. Und dann kommt Taglist so ungefragt, der so dahinter steht und denkt sich, ich bin der Chef. Der Chef und Karl Franz guckt so zur Seite und denkt sich, Hercules, Elchest, du weißt, alle hassen dich. Außer unsere Magier. Und wer besonders hasst, sind die Zwerge. Und der Blick ist vielleicht noch besser hier, der Blick hier von Karl Franz. Karl Franz guckt dann hier rüber zu Torgrim und denkt sich, boah, so muss sie ja kommen. Und Taglist sieht aus, als hätte er seit Tagen nicht mehr geschlafen hier in seiner Maske. Und denkt sich, ach Gott, die Zwerge, natürlich, muss man wieder Streit suchen. Er sucht ja auch Streit. Es mögen die Zwerge schon. Zwerge sind die größten Feinde der Elfen und die größten Feinde der Skaven und die größten Feinde der Tiermenschen, die größten Feinde der Orks und die größten Feinde der Zwerge. Zwerge, wir haben echt die Zwerge ruiniert. Klassiker. Wieder so eine Elgi-Verschwörung. Er sieht viele Anführer um den Tisch. Zum Beispiel den No-Name-Karteilordin und den No-Name-Dicken-Andern-Karteilord und den No-Name-Kislev-Lord und die No-Name-Kislev-Lordin. Immerhin ist da hinten Luolion Kerr. Okay. Direkt hier bei den No-Lame-Lords. Das ist vielleicht so ein kleines bisschen schon Diss. Ja. Sorry, Luol. Aber du sprichst sogar für deine Leute. High King, das ist nicht die Zeit für Kurzsichtung. Short? Es wird keine Allianz mit Anderns geben, während ich High King bin. Ehrenhafte Dowie. Da kommt Bugath. Kiesel, es geht, hat keinen Bock mehr. Der Godric und Felix, geiler Typ. Die Szene finde ich total merkwürdig. Deswegen denke ich, es tut mir leid, dass diese epische Musik einmal kurz unterbreche. Wie gesagt, Original-Video unten in der Videobeschreibung. Aber hier ist Wulfric, der Wanderer. Und er hängt hier so rum und zieht sein Schwert aus dem Terrakotta-Riesen raus. So aus dem Hals. Oder ist der Hals zum Terrakotta-Riesen? Ist er hochgeklettert? Hat ihn da reingestochen? Ist der Kopf hier? Sieht, ist der Kopf vom Terrakotta-Riesen. Ist er reingestochen? Und ist er umgefallen? Oder ist er vorher umgefallen? Und er hat dann sein Schwert reingestochen und dachte, hey, das liegt am Boden. Stell jemand drauf. Super geil. Suspension of disbelief hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Der Teil geht. Chaos kommt. Ah, er knüppelt. Das ist cool. Geist der Dunkelelfenschmetter-Szene, die ich jemals gesehen habe. Und Geist der Steifer von Oxyhotel. Ja, ich möchte nochmal kurz zurückgehen, damit ihr es nicht vergesst. Und damit ihr es seht. Also erstens. Der Dunkelelf. Guckt es euch nochmal an. Jetzt er da. Oh, jetzt er weg. Auf der anderen Seite finde ich fast schon tragisch, wie hier ein... Kann man jetzt hier nicht so ganz gut... Ja, so immer wieder ein bisschen kann man es erkennen. Das ist ein Zwergen... Nicht ein Zwergen, ein Skaven-Kriegslord. Also ein Skaven-General, der hier geschnetzelt wird. Und immerhin seht ihr die Zwerge und die Elfen miteinander kämpfen. Grom Brindal, der weiße Zwerg. Und wer ist das? Ist das Alit-Ana? Ist das Al-Athar? Ich kann ihn nicht so richtig erkennen. Irgend so ein Elfen. Legendäre General. Oh, das ist der Mega. Das ist die Mega-Szene. Ich habe die gesehen und habe voll gelollt. Ach Gott, Jugendspeak. Ich hoffe, ihr liebt es. Einmal Orion kommt hier, holt sein Rohr raus und pustet einmal rein. Und dann kommt Oxiodel und zeigt, hey Leute, meins ist länger und stabiler, wenn ihr versteht, was ich meine. Oxiodel ist auch der richtig geile Typ. Das weiß jeder, der die Kampagne gespielt hat. Orion könnte vergessen. Your choices will decide the fate of this world. And all that inhabit it. Make the right one. Ganz schön viele Demi greifen. Bitter. Woosh. Total Warmer 3. Free to all Total Warmer 3 Players. Also jeder, der Total Warmer 3 hat, kann nun im Olimpire spielen. Und oh, Bonus-Szene. Oh, Minen, Arbeiten, Schmelzen, Lava, Feuer, Gobos am Arbeiten, Hauptgoblins am Arbeiten und eine merkwürdige Gestalt mit einer Art Axt und gepanzerten Handschuhen, die an der Seite steht. Ja, das Chaos-Zwerg. Das Chaos-Dwarf ist confirmed, Leute. Und die Chaos-Zwerge, klar. Wir warten schon seit ewig auf dieses Update. Hier sind auch noch ein bisschen Minenwerkzeug. Arbeiten in den Minen. Alles chaotisch, alles Lava. Das sind alles Chaos-Zwerge. Gedöns. Und der DLC der Chaos-Zwerge erwartet euch. Ja, ein Blick auf den Hype-Train. Boom! Im April, Leute. Das wurde allerdings auch schon von Rich Aldrich in dem Mega-Panik-Video, als die Community-Manager nur ein paar Tage vor dem Release dieser großen News sich mal mega blamiert haben und Rich Aldrich in Panik ein uneditiertes Video mit schlechter Qualität rausgehauen hat. Indem er sich allerdings rausgetraut hat, um das Ganze zu retten. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, aber immerhin ist jetzt Immortal Empires released. Für alle. Es ist nicht mehr im Beta-Stadium. Und das ist doch immerhin etwas. Hat sich deswegen irgendwas großartig geändert? Für alle, die sowieso schon Total Warma 3 besitzen und Total Warma 1 und Total Warma 2. Weil die Antwort lautet Nein. Es wurden allerdings auch Patch-Notes veröffentlicht. Ich denke, auf die detaillierten Patch-Notes gehe ich dann in einem anderen Video ein. Aber im Großen und Ganzen, die Details, die ehrlich gesagt so viel geändert wurde, gar nicht. Aber falls ihr nur Total Warma 3 besitzt, könnt ihr Dämon des Chaos, Katai, Korn, Kieslev, Nurgles, Lange, Cinch und die Krieger des Chaos unter Belakor spielen. Sonst nix. Wenn ihr etwas anderes spielen wollt, dann benötigt ihr einen der DLCs. Die könnt ihr euch übrigens bei meinem MMO-Gerlänge in der Videobeschreibung holen. Da kostet das Zeug wirklich viel, viel weniger als bei Steam selbst. Weil die haben ja nicht den Overhead der Steam-Plattform. Dafür kaufen die Leute nicht so viel hier. Gibt es zum Beispiel Total Warma 2 für 11 Euro anstatt bei Steam für 60. Und Total Warma 1 für 11 Euro anstatt für 60. Und die ganzen DLCs, Rise of the Tomb Kings für 8,50 und so weiter. Und wie das dann funktioniert, ist hier, ich lasse euch den Link auch dazu in der Videobeschreibung drin. Wenn ihr Total Warma 1 habt, bekommt ihr die Zwerge, das Imperium, die Grünhäute und die Vampirfürsten mit dazu. Eigentlich müsst ihr ja auch die Bretonen kriegen. Aber die Bretonen habt ihr vielleicht jetzt schon. Weil die sind ja eigentlich jetzt schon 3LC gewesen. Die kam doch schon bei Total Warma 1. Doch hier. Ah, doch. Es ist tatsächlich schon die Grundlage. Weil das war eine 3LC-Fraktion mit Bretonen. Deswegen könnt ihr auch jetzt schon mit den Bretonen spielen. Aber da sind so Sternchen dran. Warum? Legendary Lords, auch so, die gibt es von mehreren Content-Releases. Das heißt, ihr besitzt ebenfalls die Möglichkeit, mit den Bretonen zu spielen. Wenn ihr mit den Bretonen spielen könnt. Ich meine, was wollt ihr sonst, Leute? Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr eigentlich sonst noch haben wolltet. Ja, und für die ganzen anderen Fraktionen braucht ihr eben Total Warma 2. Da kriegt ihr Dunkelelfen, Echsen, Menschen, Hochelfen, Skaven. Mit dem DLC Rise of the Tomb Kings kriegt ihr die Gruffkönige. Mit The Queen and the Crown kriegt ihr Dark Elf und High Elf. Hochelfen, Einheiten, Curse of the Vampire Coast, gibt euch Vampirfürsten und so weiter. Braucht ihr alle davon. Und wenn ihr alle davon kauft, selbst mit den reduzierten Preisen oder den Normal-Sonderangebotspreisen, diesmal MMOGA, gibt es halt, die wahrscheinlich trotzdem noch knackige 100 Piepen oder mehr, wenn ihr euch das alles gleichzeitig holen wollt. Also, ich würde euch empfehlen, vielleicht Stück für Stück, wenn ihr da so ein Total War-Junkie seid wie ich, dann könnt ihr das machen. Natürlich über den Link, ihr kriegt Hamster ein bisschen Verkaufsprovisionen. Und das hält den Kanal am Leben. Deswegen bin ich euch dafür natürlich total dankbar. Also, ja, Release von Chaos-Zwergen-DLC, endlich. Und Rich Aldrich hat gesagt, dass das richtig, richtig geil werden wird. Und ich kann ihm nur glauben. Ansonsten müsste ich ihm misstrauen, was ich momentan noch nicht bereit bin zu tun. Ich meine, er hatte ja das Desaster des Releases von Total Warhammer 3 vor die Füße gekotzt bekommen und musste dann eine wütende Fangemeinde ein kaputtes Spiel betreuen und gleichzeitig Community-Manager, die irgendwie wild geworden sind. Daher wahrscheinlich nicht unbedingt der schönste Job aller Zeiten. Aber wenn die Chaos-Zwerge rauskommen, dann wird er vielleicht seine Absolution finden in den Augen der Community. Creative Assembly hat außerdem einen kleinen News-Eintrag auf ihrem Twitter-Account rausgeschrieben. Und da schreiben sie, seit dem Start von Immortal Empires im späten August hat das Entwicklungsteam unermüdlich diese Liebesarbeit, das ist ja Valentinstag gewesen, diesen extrem ambitionierten Spielmodus, den ambitioniertesten, den wir jemals in einem Total War-Spiel rausgebracht wurden. Daran haben wir gearbeitet und wir haben versucht, sie zu so vielen Spielern wie möglich zu bringen. Und heute, dank der Motivation und der Arbeit, die wir gemacht haben, sind wir gethrilled anzukündigen, dass nun Immortal Empires tatsächlich aus der Beta rausgekommen ist und alle Besitze von Total Warhammer 3 können nun die Kernerfahrung genießen und erfahren, unabhängig davon, ob sie die vorherigen zwei Titel der Trilogie besitzen. Zusätzlich werdet ihr, wenn ihr frühere Spiele und DLCs kauft, die jeweiligen legendären Lords in Immortal Empires freischalten und neuen Spielern ermöglichen, alles zu wählen, was sie möchten. Willkommen in Immortal Empires, wir freuen uns von euren kommenden Siegen zu hören. Ja, schön, schön, dass jetzt es kommt. Und ich frage mich hier, seit Release von Total War Warhammer, Moment, wo ist das? Seit Release von Total War Warhammer 3 am 17.02.2022, also vor tatsächlich einem Jahr und dem Release der Immortal Empires Beta am 23.02.2022, vor einem halben Jahr, frage ich mich, das ist so das Ding, ich mache hier auch ein paar Videos, bei denen ich jedes Wort, was Creative Assembly raushaut, ihn dreimal im Hals rumdrehe und ihn dann strikt rausdrehe, wie man so schön sagt. Vielleicht nicht mal ganz so gehässig, aber das hätten sie ja sagen können, oder? Das hätten sie ja sagen können, als sie die Immortal Empires Beta rausgebracht haben, haben gesagt, hätten sie sagen können, hey, wer Total Warhammer 1, 2 und 3 hat, der darf die Beta spielen, wenn es aus der Beta raus ist, kriegen es auch alle Besitzer von Total Warhammer 3. Ich glaube, das hätte die Leute auch so ein bisschen glücklicher gemacht, weil es sich immer so angefühlt hat, dass sie das verstecken wollen und nur den Eindruck macht, dass das nur gespielt werden darf, wenn man wirklich alle anderen Teile hat. Weiß nicht, vielleicht war es auch immer so geplant. Es war schon komisch, das gehört irgendwie zu dieser merkwürdigen Kommunikation, die eigentlich eines der größten Probleme war von Creative Assembly. Seit Release der Alpha von Total Warhammer 3 und dann dem Release oder der Ankündigung, das ist jetzt eine Beta im August 23 und jetzt, naja, jetzt haben sie zwar, das Beta-Symbol ist weg, allerdings in ihren Nodes haben sie geschrieben, Moment, 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 hier, da gibt es Updates zum Patch Version 2.4, bei denen die Frage ist, was ändert sich eigentlich genau? Na, irgendwo haben sie geschrieben, nicht viel. Und das sehe ich auch so. Am nichtsdestotrotz bin ich froh, dass sie diesen Schritt jetzt gegangen sind. Wer weiß, ob das absichtlich war, ob sie sich das vielleicht jetzt im Nachhinein gemacht haben, um die Community zu überzeugen, dass das jetzt, dass sie doch gute Leute sind und sie Freunde der Community, aber ich habe schon das Gefühl, dass das schon so geplant gewesen ist. Daher, für euch zur Info, ihr könnt jetzt alle Model Empire spielen, solange ihr Total Warhammer 3 habt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Weitere Updates zu den Patch Notes gibt es morgen, weil jetzt sind wir schon 17 Minuten drin, damit jetzt keine Stunden-Videos mehr machen wie früher. Chaos-Zwerge kommen im April, das ist confirmed. Nächstes Update dann irgendwann im Sommer und das nächste Update wurde uns im Winter versprochen, wobei ich davon ausgehe, dass das Winter abgeht, wenn nicht alles anders wird, dann auf 2024 verschoben wird. Aber im Moment kriegen wir ein bisschen was zu sehen und das wäre dann auch, wenn das jetzt so klappt, wie von Rich Aldrich versprochen, wäre das auch so halbwegs der normale Update-Zyklus, dass so alle 1, 2, 3, alle 3 bis 4 Monate, okay, dauert immer noch so ein bisschen lang dazwischen, weil es so 3 bis 4 Monate eigentlich neuer Content gekommen ist für Total Warhammer 3. Ich habe Hoffnung und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, hail the mighty! He's a-risin' from the deep! Christ has its sails and incredible tales we're caught in endless seas! E Rudy's family came from the deep! Ei, Ei! This was an fountain in battle! Untertitelung des ZDF für funk, 2017